Herzlich Willkommen im Shop von eBikes4u und heute zeige ich dir, was passiert, wenn du eine Bestellung auslöst. Als erstes freuen wir uns natürlich, dass du dein Traumbike gefunden hast und wir beginnen sofort mit der Bearbeitung deiner Bestellung. Als nächstes schicken wir die Auftragsbestätigung direkt in unser Warenlager. Einer unserer Mitarbeiter baut das Rad nun in der Werkstatt für dich zusammen. Musik 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 Da wir sehr viel Wert auf Service und Qualität legen, wird ein Rad probegefahren und doppelt überprüft. Dein Bike wird nun eingepackt und für den Versand vorbereitet. Damit der Transport reibungslos vonstatten gehen kann, wird das Rad sorgsam und genau transportgesichert. Dies war natürlich ein Schnelldurchlauf des Serviceprogramms. Vom Auspacken des Rades bis zum fertigen Jack vergehen ca. 2 Stunden an intensiver Arbeit. Das Transportunternehmen ist schon zur Stelle, um Dein Bike schnellstmöglich zu Dir zu bringen. Natürlich stehen wir Dir auch nach dem Kauf telefonisch für Fragen zur Verfügung. Jetzt hattest Du also die Möglichkeit, den kompletten Bestellvorgang mitzuverfolgen. Der letzte Schritt, der jetzt noch offen ist, ist die Auslieferung des Rades. Die Auslieferung kann von uns direkt mit unserem Bus in der Umgebung erfolgen oder wir übergeben den Versand an einen unserer kompetenten Logistikpartner. Wir sehen unseres Rades. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum 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 nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020